willkommen zur episode 3 des autofarms warum habe ich noch mal angeschmissen obwohl ich eigentlich gesagt habe ich mache bei rathaus 6 weiter es geht um folgendes ich möchte euch gerne mal diesen angriff hier zeigen ihr seht schon gegen teige naja gegen den typen hier 109 k 103 k habe ich geholt klingt also recht gut pokale habe ich verloren und jetzt möchte ich euch was bestimmtes zeigen und zwar so kam ich also hier quasi rauf und habe natürlich diese beute gesehen habe sofort einen blick auf die karte geworfen gesehen hier stehen extrem große minen die auch voll sind hier sind große elixiersammler die voll sind das gilt auch für sämtliche minen elixiersammler alles ist voll bis oben hin ja ihr seht schon abgesehen von diesem elixiersammler sehr interessant ja also ihr seht wunderbare sache so und was habe ich jetzt gemacht natürlich hier ist es halt besonders wichtig mir geht es jetzt darum euch zu zeigen was macht man wenn man weiß dass man nicht alles holen kann ja weil bei dieser map ich sag mal diese mini hier zu holen diesen elixiersammler hier zu holen den hier zu holen relativ unrealistisch ihr habt ja auch gesehen ich habe ja auch nur 109 und 103 k geholt das heißt nicht mal ganz die hälfte und trotzdem muss man sich hier unbedingt überlegen was macht man und das allerwichtigste natürlich als erstes sollte man testen was ich hier rechts jetzt mache ob man gebäude erwischen kann ohne beschossen zu werden das ist hier leider nicht der fall gewesen habt ihr schon gesehen ich kann da beschossen werden und deswegen habe ich mich entschieden hier barbaren zu setzen das hier ist mit die höchste mine ja also hier sind zwei kleinere und diese diese und diese das sind die großen liegen das heißt die wollte ich grundsätzlich auf jeden fall haben hier habe ich erst mal die erste geholt und hier unten habe ich jetzt genau das gemacht wovon ich spreche ich habe jetzt hier getestet hier komme ich ran ohne selbst beschossen zu werden ich muss einen bogey setzen und kann damit die ganze mine platt machen hier das gleiche ein bogey für den elixiersammler warum mache ich hier das ding noch platt naja ich muss nur ein bogey setzen und ich will nachher sowieso an die mine ran gleiches wollte ich eigentlich auch hier machen ich möchte ganz gerne nachher das rathaus zerstören wer sich jetzt erinnert moment aber die pokale waren doch verloren genau das habe ich auch nicht geschafft ich habe mich nämlich nachher noch mal umentschieden habe gedacht mensch lieber das rathaus oder lieber noch etwas mehr gold und habe mich dann tatsächlich fürs gold entschieden werden wir aber noch reinschauen das heißt hier war eigentlich auch mein plan erstmal schon mal das ding hier abzuräumen um den weg frei zu machen aber da kann mich der bogey tom erwischen deswegen hat das insofern nicht so gut geklappt hier probiere ich noch mal das gleiche leider funktioniert es ja auch nicht der bogey tom erwischt nicht bedeutet ich greife hier an mit einigen barbaren jeweils barbaren sind die günstigsten einheiten dafür und wenn sie mich sowieso erwischen dann sollte ich auch barbaren nehmen diese minen kriege ich also weg und jetzt hier oben habe ich angefangen im halbkreis bogenschützen zu setzen das ist für mich wichtig weil das hier halt wie gesagt auch mit die größte mine ist deswegen wollte ich das sehr gerne machen und hier habe ich noch große elixiersammler man sieht schon 180 grad noch verfügbar das heißt wir werden noch einiges von diesem elixier hier abräumen und das haben wir auch geschafft beide gekillt und deswegen sind die einheiten sowieso verloren und jetzt mache ich auch hier unten weiter das heißt jetzt habe ich das gemacht was ich eigentlich schon vorher machen wollte ich gehe jetzt natürlich hier die bauhütte mit dem hintergrund dass ich gerne ans rathaus leide habe ich mich ein tick verschätzt ich hätte gedacht dass es noch klappt dass der mich nicht erwischt beziehungsweise ich wollte es zumindest testen dachte dann okay vielleicht schaffen es die bogenschützen aber das wird leider nichts und als ich das dann gesehen habe habe ich mich doch entschieden hier beziehungsweise hier dann auch einfach noch etwas mehr gold zu holen das war eigentlich ein fehler dass die hier rüber gelaufen sind ich wollte eigentlich dass die alle auf diese mine hier laufen und wenigstens noch schnell die mine killen hat leider so nicht ganz geklappt aber ich denke mit 109 103 k braucht man sich nicht verstecken und dieses video soll euch einfach noch mal zeigen was macht man eigentlich wenn man ja zwar eine super ausgangsposition hat wie in diesem fall aber man sich halt entscheiden muss im zweifelsfall es wäre auch kein problem gewesen wenn jemand anders gesagt hätte ich zerstöre zuerst das rathaus weil ich mir sicher sein will dass ich hier die pokale mitnehme ja kein problem könnt ihr auf jeden fall machen ist vollkommen in ordnung oder jemand anders der gesagt hätte gut ich brauche jetzt nur gold ich versuche jetzt vielleicht sogar noch diese hier zu holen und lasse hier die elixiersammler weg oder sowas ist natürlich alles vollkommen legitim nur schaut halt wirklich als erstes welche gebäude so wie diese mine hier die hier stand oder dieser elixiersammler der hier stand die konnte man erwischen ohne also beziehungsweise mit nur einer einzigen einheit mit einem bogenschützen hat man die ganze mine kaputt gemacht da braucht man nicht eine armee von barbaren hin klatschen und so weiter das ist alles überflüssig in dem fall das heißt schaut erst welche gebäude könnt ihr vielleicht sogar erwischen ohne ohne den großen einsatz von truppen jetzt möchte ich euch noch mal eine wiederholung des angriffes davor zeigen also vor dem den ich jetzt gerade gezeigt habe und zwar auf neymar irgendwas das war quasi ein angriff wie er quasi besser nicht laufen könnte ja hier komme ich also so auf die map sehe minen alles voll elixiersammler nicht genauso voll aber auch sehr sehr voll hier kann man auf jeden fall reichlich holen ohne wirklich viel truppen einzusetzen rathaus steht auch noch draußen das heißt hier kann man wirklich einfach extrem viel holen und was ich jetzt hier mache was ich eben schon sehr intensiv erklärt habe und was hier als wirklich parade beispiel dafür ist ich gucke hier welche gebäude kann ich plätten hier seht ihr es ich gehe nach und nach welche minen kann ich angreifen ohne überhaupt mehr einheiten einzusetzen mit einem bogey kriege ich die goldmine hier kriege ich den elixiersammler hier kriege ich die goldmine hier kriege ich den elixiersammler so und auch noch hier hier kriege ich auch noch die goldmine ohne also wirklich truppen dafür einzusetzen das ist ja wirklich lächerlich wenig ein bogey ist ja gar nichts so und jetzt hier jetzt fange ich an mit dem eigentlichen angriff quasi ich schaue hier einfach okay hier sind zwei nebeneinander die ich noch plätten muss den hier will ich ja gar nicht plätten wofür auch denn ich habe ja hier bereits ein bogey der darauf schießt das heißt ich versuche einfach nur die hier zu plätten dass sie jetzt hier gleich danach noch rüber laufen ist natürlich nett aber war grundsätzlich eigentlich nicht so geplant diese mine muss ich auch noch zerstören denn die kann ich auch nicht so erreichen mit einem bogey und gleich jetzt mache ich jetzt natürlich bei allen minen und gebäuden generell bei allen ressourcen gebäuden die noch hier sind hier sieht man ja das waren ja die bogenschützen die sich vorher ums rathaus gekümmert haben das ist jetzt also auch weg 1 minu 13 sekunden habe ich hier noch das heißt ich habe auch noch ordentlich zeit jetzt habe ich mich hier entschieden unten darauf zu gehen es ist ein hohes risiko denn der magierturm hier macht das schon ordentlich schaden man sieht es auch ich habe relativ viele bogeys wort habe daneben doch eine ablenkung gestartet aber ich habe noch genügend truppen weiß das hier ist geht sowieso noch drauf da muss ich mich nicht um kümmern das heißt ich habe jetzt noch diese hier verfügbare truppen 13 barbaren 15 bogenschützen nur für die zwei gebäude den dieses gebäude kann ich angreifen ohne irgendwas zu setzen und gleich fällt mir auch auf dass das gleiche sogar für den elixier sammler hier gilt und dann sieht man hier oben schon 2,7 k gleiches wird sich auch bei dem elixier noch abtun oder auftun so besser gesagt dann brauche ich hier auch keine weiteren truppen einsetzen kann mir noch ein bisschen was sparen und hat natürlich ein wahnsinnig gute beute für die im verhältnis zu den eingesetzten truppen und auch generell eine wirklich hervorragende beute einfach gemacht also dies wieder ein gegenbeispiel dafür es gibt halt auch solche leute die man findet wo man alles holen kann und noch nicht mal all seine truppen einsetzen braucht ist natürlich selten klar sonst müsste man auch kein auto fahren machen wenn man immer alle alles abernten kann ohne also eine truppen einzusetzen aber ich denke ihr versteht worauf ich hinaus will wenn man natürlich alles holen kann perfekt dann holt man alles und wenn man eben sich entscheiden muss dann sollte man das eben natürlich so machen dass man das holt was man gerade braucht hier noch eine letzte wiederholung die ich gerne zeigen möchte und zwar geht es darum dass man auch wenn man eben sagt ja ich brauche aber die pokale ich will auf keinen fall absteigen oder man ist eigentlich in einer liga in der man normalerweise nicht bestehen würde und braucht deswegen die pokale sehr dringend wenn es euch so geht dann achtet einfach darauf wie viele gebäude ungefähr draußen stehen und wie viel ihr wirklich zerstören könnt mit anderen worten ob ihr nicht also ob ihr überhaupt das rathaus zerstören müsst oder ob ihr nicht auch ohne zerstörung das rathaus ist einfach auf die 50 prozent kommt und dadurch euren stern mitnehmen in diesem fall sind es ist eine super beute 90.000 gold 119.000 elixier das klingt ja erstmal schon mal richtig gut und ja derjenige ist ganz vernünftig aufgestellt mit zwei soliden kanonen der minenwerfer ist auch schon aufgelevelt die bogie türme steht alles sehr vernünftig ums rathaus rum kommt man schwer ran zum glück steht der magiaturm allerdings draußen hier stehen so zwei ganz kleine minen und zwei ganz kleine verteidigungsanlagen einfach so ich weiß nicht warum ich nehme an dass er gerade sein rathaus erst ausgebaut hat und das einfach alles so anrand platziert hat was es dann so neu gab und wir schauen hier mal kurz rein was ich halt als erstes mache ich gucke mal kurz hier ob was in der klaren burg ist und deswegen habe ich hier oben den barbaren hingesetzt der läuft an nichts kommt raus perfekt und jetzt nehme ich mir nach und nach hier die ressourcen gebäude erst mal vor und mal zu schauen natürlich einerseits welche auch die ressourcen haben aber anhand des beispiels wollte ich ja jetzt auch mal sagen dass man eben auch aus der 50 prozent kommen kann ohne das rathaus zu zerstören und in dem fall hole ich mir erst die ressourcen gebäude um zu sehen wie viel dann wirklich noch offen ist hier oben habe ich natürlich glück dass die nicht so hart beschossen werden und hier noch die klaren burg sogar mitnehmen können man sieht schon hier habe ich sehr viele barbaren gesetzt die nehmen gleich noch das gold lager mit und ja jetzt bin ich bei 30 prozent denken ja okay was kann ich noch machen die zwei klein gebäude klein verteidigungs gebäude kriege ich hier sehr schnell klein dann nehme ich gleichzeitig noch die drei mit und hier sieht man sehr schön wie man einen magierturm platt kriegt gerade wenn er so steht die absolut falsche taktik wäre jetzt mit barbaren auch barbaren im kreis gesetzt laufen alle zusammen und sind dann leicht angreifbar die beste taktik gegen den magier turm ist auseinander gestellte bogenschützen die schießt er nämlich nur einzeln an und damit ist er nicht stärker oder damit ist er sogar deutlich schwächer als beispielsweise ein alleinstehender bogenschützen turm wenn man denn bogenschützen natürlich dabei hat die das machen können ihr seht schon 49 prozent also hier in diesem fall ist es wirklich kein problem die 50 prozent zu erreichen obwohl das rathaus komplett verteidigt ist und ich auch die großen verteidigungs gebäude gar nicht erst angefasst habe ich setze hier noch ein paar truppen weil ich gesehen habe menschen sind noch 25 klar drin da kann ich doch noch ein bisschen was mitnehmen und es klappt auch ich meine ich habe hier noch weiß ich nicht zehn barbaren gesetzt und habe noch 5k 6k weiß nicht was da noch rauskommt 7k irgendwie sowas an elixier zusätzlich mitgenommen und das ist deutlich mehr als die zehn barbaren wert waren sehr viel mehr und deswegen hat sich auf jeden fall gelohnt ok gut jetzt aber erst mal wieder feierabend mit dem how to farm ihr habt jetzt auch gesehen dass man eben auch mal größere mengen dann finden kann ich bin jetzt hier in silber 2 seht ihr das heißt es ist durchaus möglich in silber 2 aber auch schon in silber 3 oder sogar in bronze 1 zum teil wirklich große mengen zu finden also jenseits der 100k die dann aber auch in den minen liegen und das ist ja im endeffekt für uns das relevante da wir halt noch so klein sind besteht für uns nicht wirklich die möglichkeit dass wir sagen wir zerstören die gesamte basis sondern wir brauchen diese ressourcen eben auch in den minen für alles andere sind wir ja zum teil noch zu schwach ich hätte sicherlich diese basis hier auch komplett platt machen können mit 100 prozent dann hätte ich mehr riesen mitnehmen müssen ich hätte sicherlich auch noch mal ein zauber einsetzen müssen etc aber wofür ich meine ich habe hier fast alles abgestaubt hab lächerlich günstige einheiten dafür benutzt also wofür hätte ich jetzt hier noch riesen bauen sollen und so weiter das dauert dann auch alles wieder dreimal so lange im jetzigen fall kann man direkt weiter fahren und das funktioniert zum jetzigen zeitpunkt deutlich besser im jetzigen fall